Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Well-Law-Shed-Zock-Kanal, mit weiteren Folge NBA 2K23. Ja, wir sind so ein bisschen in der Mitte der Saison angekommen, vielleicht werden wir auch heute bis zum All-Star-Break vorankommen, so ein bisschen schauen, hier die Trade-Deadline unter anderem, dass man die so ein bisschen überwindet. Wir gucken auch nochmal erstmal hier auf die Tabelle, denn wir sind aktuell auf Platz 5, wir haben 25 Siege, 13 Niederlagen, also wir sind definitiv auf Playoff-Kurs und wenn das jetzt nicht mehr irgendwie komplett schief geht, sollte uns der eigentlich auch nicht mehr zu nehmen sein. Gut, 19, 19, die Heat auf 16, Ducks 21, 22 sind auch nicht so weit weg, aber wir müssten schon sehr, sehr viel verlieren, muss man sagen. Und bisher sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ich wollte auch nochmal hier gucken, denn Chandler kam back, den habe ich vergessen irgendwie reinzurotieren, Chandler ist nämlich wieder back, also der wird dann auch in der Rotation wieder reinkommen, das ist halt jetzt nur die Frage für wem. Johnson macht 12 Punkte von der Bank, das ist eigentlich richtig stark, quickly, 7,4 Punkte, dann fällt lieber quickly erstmal raus hier. Chandler wird natürlich wieder starten für Jalison, das ist logisch. Der kriegt dann seine 24 Minuten, der Chandler, Jalison hat dann 14 Minuten von der Bank, wobei, geben wir nochmal 2 Minuten mehr von Ramirez dort und Chandler, wie viele Minuten hat er bisher gemacht? 25,9. Ja, komm, geben wir ihn nochmal diese eine Minute mehr, hat er 25 Minuten, dann passt das. Insgesamt, wenn man sich das anguckt, bin ich sehr zufrieden mit der Saison bisher. Es läuft gut, wir sind auf dem richtigen Weg, auch so trade-technisch kann man natürlich überlegen, was macht man mit den Picks, hier Rockets-Pick, Heat-Pick, Clippers-Pick, unseren eigenen Pick. Aber wenn man da mal auf die Tabelle schaut, die Rockets werden wahrscheinlich Lottery-Team sein, aber, aber wenn sie eben ein Lottery-Team sind, haben wir nächstes Jahr ihren ungeschützten Pick. Und das könnte ein sehr, sehr wertvoller Pick sein, dazu haben wir auch noch den Clippers-Pick, der auch einiges wert sein kann, weil die aktuell nur 28. sind. Da muss man halt wirklich schauen, was ist so das Schlauste, was machen wir mit diesen Picks. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, yo, wir gucken mal, was kriegen wir für den Heat-Pick, was kriegen wir für unseren Pick und von mir aus mit dem Lottery-Geschützten-Pick, was würden wir denn dafür bekommen, den Clippers-Pick würde ich mal für mich behalten, ne? Ja, wir würden einen Jordan Poole kriegen, das ist mir nicht genug. Das würden wir auch hier überhaupt nicht, warum hat Dings übrigens 0? Das ist halt das Ding, dass man wahrscheinlich nicht allzu viel dafür kriegt, ne? Williams, Es sind alles jetzt keine Spieler, wo ich sage, yo, das würde ich machen. Also auch, wenn wir gucken auch mal gleich auf die Situation der Rockets, ne? Da werdet ihr nämlich sehen, das könnte noch ein super, super wertvoller Pick sein. Das ist alles Schwachsinn, also da werde ich nicht traden erstmal. Wenn man nämlich mal kurz guckt auf die Situation der Rockets, dann klar, die Situation kann sich in jeder Off-Season ändern, das ist mir schon bewusst, Leute. Aber, wir sehen hier auf jeden Fall mal bei den besten Spielern. Einen Franz Wagner könnten sie verlieren, klar. Sie könnten dann vielleicht einen besseren Spieler vielleicht kriegen, dann werden sie nochmal deutlich stärker. Aber vielleicht können sie ihn auch nicht ersetzen, muss man mal schauen. Oder sie machen mit ihm weiter, dann werden sie nicht wirklich stärker. Dann hast du hier Williams und Juzang schon mal hier als deine zweiten und drittbesten Spieler. Du hast hier Sparks, ne? Gut, hier kriegst du schon viel Capspace frei, muss man sagen. Aber Pitman hast du hier, ne? Chester Pitman, unser Ex-Spieler. B-Lan. Also du hast trotzdem nicht so viel Flexibilität, klar. Die beiden Verträge wirst du los, das heißt, in Max Steel kriegst du hin. Aber dein bester Spieler wird höchstwahrscheinlich Jalen Green bleiben. Und ich weiß nicht, ob du dann wirklich mit Jalen Green als besten Spieler und vielleicht ohne Wagner, ohne Sparks, dann schaffst du einen guten Mann zu kriegen, ob du wirklich besser wirst, ne? Vielleicht machen sie sogar weiter mit Wagner, weil es keine besseren Alternativen gibt. Also je nachdem, wie die Off-Season der Rockets läuft, könnte dieser Pick sehr, sehr viel wert werden, ne? Da muss man halt wirklich nur gucken, okay, wie läuft die nächste Off-Season bei denen? Ich meine, theoretische Free Agents wären Cunningham, Garland, Ramsey, Doncic, Gidei, Jokic, Williamson und Co. Klar, wenn sie solche Spieler kriegen, ne? Nicht die Jungen, die sind noch restricted. Dann keine Frage. Dann könnten sie sich krass verbessern. Aber ob das klappt oder nicht, ist halt immer die große Frage, ne? Ja, wir gehen jetzt aber auch ein bisschen vor, auch ein bisschen deutlicher. Ich denke mal, zwei, drei Wochen gehen wir auf jeden Fall vor, gucken uns die Ergebnisse an und dann gehen wir auch rein und zocken in der Partie, ne? Ja, Leute, wir haben eine Verletzungsmeldung, die nicht schön ist. Und zwar Dyson, denn jetzt fällt vier bis sechs Wochen aus. Beziehungsweise er ist angeschlagen, aber ich werde ihn auf jeden Fall rausnehmen, weil ich nicht will, dass er sich irgendwie verletzt oder ähnliches. Das würde ich dann nicht in Kauf nehmen. Ramirez kann ja den Small Fort spielen, wobei man da auch Edwards spielen lassen würde, aber könnte. Aber ich lasse dann... Wobei, Ramirez will ich eigentlich schon, dass er von der Bank kommt, ne? Er soll eventuell Sixth Man of the Year werden. Wir haben aber Siervides unter anderem, der dann natürlich dort spielen kann. Daniels geht erstmal komplett raus und ich würde das sogar so ein bisschen aufteilen zwischen Siervides, der da einige Minuten kriegt. 24 gebe ich ihm mal. Und ich gebe mal... Ja, komm, 11 Minuten können wir doch auch mal Bobby Portis geben, oder? 12 Minuten sogar, ein paar Minuten für Portis. Können wir da auf jeden Fall mal geben. Dann ist auf jeden Fall der erstmal verletzt die Ergebnisse. Wir hatten zwei Niederlagen hier, wobei dabei immer Dyson Daniels eigentlich gut geliefert hat, wenn man sich das mal anguckt. Also hier 27 Punkte gemacht. Oder auch hier, wenn man sich den Spielbericht mal anguckt, hat er hier 18 Assists gehabt, komplett durchgedreht, was das angeht. Vier Steals, ne? Und dann die Spiele, wo man gewonnen hat, da war Dyson Daniels sowieso immer mit am Start, ne? Ähm, hier Edwards haben wir 36, ne? Gedroppt, also richtig, richtig stark gegen die Sixers, das war das, glaube ich, ne? Mit Daniels nochmal. Genau, auch hier wieder 22, 13, 9. Also Daniels richtig stark, fällt jetzt erstmal aus. Aber gut, ich hoffe, wir haben jetzt vier Siege gewonnen. Ich hoffe, dass das auf jeden Fall klappt, dass wir noch ein paar Spiele mehr gewinnen, ne? Und wir haben die nächste Verletzungsmeldung, Leute. Scotty Barnes fällt ein bis zwei Wochen jetzt aus. Verstauchter Lenker-Ellbogen. Also Scotty Barnes fällt jetzt auch aus, bitter. Ist aber die Chance für Bobby Portis, von Anfang an zu spielen, ne? Dann kriegt auch Pascal Siakam, denke ich mal, ein paar Minuten. Oder Hachimura. Könnte man natürlich auch spielen lassen, ne? Hachimura. Komm, wir geben mal Hachimura von Anfang an die Chance. Dann bekommt er mal, geben wir ihm 24 Minuten. Wir haben jetzt aber einige Minuten noch für Bobby Portis, unter anderem. Er kriegt mal 18 Minuten. Johnson, Okongwu, Ramirez. Dann kriegen die beiden nochmal eine Minute mehr, ne? Ja, haben wir auf jeden Fall zwei Verletzte mit Barnes, als auch Daniels. Ist natürlich nicht optimal, ne? Aber gut, wir gehen mal von Anfang an wieder rein in ein Game. Wir haben auf jeden Fall die letzten Games eigentlich gut bestritten gehabt, bis wir dann zwei Niederlagen gegen die Ducks. Super eng hier, wo Edwards 41 gedroppt hat. Und dann auch die Niederlage gegen die Pacers. Da hat Mafferine nämlich 63 Punkte gemacht. Das hatte ich selber gar nicht gesehen. Alter Schwede. Also Mafferine 63 Punkte. Er ist natürlich auch absoluter Topscorer der NBA nach wie vor, ne? Ja, 34,3 Punkte. Dann gehen wir doch von Anfang an gegen die Pacers rein, oder? Auf so ein Duell habe ich Bock. Da machen wir die ersten fünf, sechs Minuten. Barnes ist sogar wieder back. Ich behalte aber die Rotation bei. Der kriegt dann auch erstmal eine Woche Pause, somit er sich ausruhen kann. Wir gehen ins Duell gegen Marty Smith, Benjamin Flores, Benedikt Mafferine, Carl Anthony Towns und Artem Kolomag. Bei uns mit Chandler, Edwards, Siervides, Hachimura und Robinson. Ohne Barnes, ohne Daniels. Also zwei unserer, ja, top drei Leute fallen da erstmal aus. Wir sind hier im Colosseum of America. Und dann hier mit Anthony Edwards und Co. Und wir gucken mal, wie wir gegen die Pacers hier mithalten können. Ich werde die ersten fünf, sechs Minuten spielen. Dann gucken wir mal, ob es eine interessante Crunch-Time gibt oder nicht. Und dann würden wir natürlich nochmal reinspringen. Pacers ist natürlich einer der Teams, die ein Top-Favorit auf dem Titel sind. Vor allen Dingen wegen, ja, Benedikt Mafferine, ne? Absoluter Topscorer der letzten Jahre in der NBA. Und sie haben natürlich ein nicest Team hier, Marty Smith. Jetzt hier der Wurf von Mafferine. Der ist nicht drin. Rhea Hachimura mit seinem ersten Rebound. Und jetzt hier Anthony Edwards. Anthony Edwards. Boom! Damn! Anthony Edwards zerstört hier gleich mal alles, ne? Im Colosseum. Hat da gar keinen Bock drauf, dass die Pacers denken, dass sie hier nochmal so gewinnen können. Karl-Anthony Towns hier. Macht ihn nicht rein. Robinson mit dem Rebound. Jetzt haben wir hier Edwards. Edwards, der Pass ist leider ein Turnover am Ende. Der Wurf ist nicht drin. Rebound bei uns. Edwards hat den. Chandler. Pick and roll eventuell mit Robinson. Hachimura. Hachimura. Jetzt hier. Pick and pop oder was? Fast schon zu spät, ne? Die kriegen den Wurf zwar noch los, aber es war natürlich ein schwieriger Wurf, weil Karl-Anthony Towns gut nochmal hin geswitcht ist. Oh, was? Das ist doch kein Transition-Take. Er ist da klar und deutlich am Verteidigen. Er will zum Ball gehen. Er hat sogar versucht, dass er ins Aus geht, der Gegenspieler. Das ist für mich kein klassisches Transition-Take-Foul. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch richtiger Schwachsinn gerade. Er hat ihn ganz normal verteidigt. Er hat ihn ins Transition verteidigt, aber nicht einfach seine Transition verhindert durch ein absichtliches Foul. So sollte die Regel nicht angewandt werden. Jetzt hier Mafferine. Jetzt macht er den natürlich rein, ne? Der beste Scorer der NBA, das kann man ganz klar so sagen, ne? In der aktuellen MBO. Chandler. Geht dann nicht hoch, gibt den Ball ab und dann ist da Robinson, ne? Der dankt den dann rein. Mitchell Robinson, gute Vorarbeit von Chandler. Robinson hat endlich dieses Element der Länge, ne? Auch noch viel mehr als passt dazu, Blue. Er ist dann nochmal einen Ticken länger, ne? Schwierig, was tausend davor. Jetzt Smith nimmt den. Am Ende ist der Rebound bei Anthony Edwards. Servides. Jetzt hier Edwards. Edwards. Powert sich durch, macht ihn nicht rein. Ah, bitter. Der hätte durchaus mal reingehen dürfen. Ach gut, die Verteilung von Servides gegen Mafferine. Boah. Aber Mafferine setzt sich einfach durch und flext noch ein bisschen, ne? Er hat in den zwei Spielen gegen den Legions bisher 44 Punkte im Average gemacht, ne? Also, was sind das bitte, die Zahlen von ihm. Also, ja, komplett crazy. Edwards. Oh, wird weggeblockt, aber gefoult. Wird gefoult. Koller mag hier mit einem Versuch des Blocks. Foult dann aber Edwards. Und dementsprechend hat der jetzt die Chance, von der Freiburgslinie die zu machen. Macht den ersten. Anthony Edwards mit 25,3 Punkten in dieser Season. Sechs Rebounds, ne? Und macht auch den rein. Vier Punkte, vier Edwards. Jetzt hier Smith. Smith gegen Chandler. Mafferine. Über den soll es natürlich immer gehen, ne? Towns gegen Hachimura. Macht Towns rein. Hat er gut gemacht mit dem Hookshot, ne? Schöner Cut von Edwards. Der Pass von Chandler kommt. Easy, ne? Guter Cut von Edwards. Und dann dunkt er ihn da rein. Da kommt Koller mag auch nicht mehr hin. Wenn er ihn berührt hätte, wäre es ein Foul. Chandler mit dem zweiten Assist. Edwards mit sechs Punkten. Ist so ein bisschen das Superstar-Duell, ne? Ah, Foul. Ah, kein End-One. Sehr gut. Kein End-One. Mitchell Robinson. Foul war es auf jeden Fall. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Jetzt Koller mag hier an der Freiburg-Linie. Ich meine, er ist Ukrainer, ne? Oh, der erste war ganz schwach. Der erste im Freiburg war ja ganz schwach. Der zweite... Ist auch nicht drin. Ist auch nicht drin. Und jetzt Edwards. Und ich glaube nicht, dass Edwards von dem aufgehalten wird. Oder doch? Foul. Wollte gerade sagen. Ich war gerade gespannt, ob sie wieder Transition-Take sagen. Aber es war ja auch ein klares Reach-In-Foul. Na, Karl-Anthony Towns. Marty Smith. Chandler ist da dran. Ja, was haben sie vor? Bewegen sich da viel die Pacers. Der Ball geht dann zu Maffrey. Ich steige da zu hoch ab. Das war aber noch gut gestört von Robinson. Und der Block... Das ist ein Foul, sagt der Ref. Wegen Edwards. Wegen Edwards. Das war eigentlich ein Monster-Block von Robinson, ne? Aber der Ref entscheidet halt Foul für Edwards. Also gegen Edwards. Den macht Colomac jetzt rein. Jetzt ist auch übrigens Ramirez für Edwards drinne. Logisch, ne? Weil zwei Fouls sind unter vier Minuten. Und Ramirez. Boom. Meldet sich gleich mal mit einem Dreier. Sagt so, cool down, auch wenn Edwards nicht da ist. Ne, ich riegele das hier. Gleich mal in Transition laufen, den Dreier gemacht. Na, was haben sie ja vor. Colomac jetzt am Perimeter frei. Aber da spielt er nicht hin. Der ist nicht drin, ne? Okay. Jetzt vielleicht wieder ein schnelles Transition-Game. Step-Back von Chandler. Dreier von Chandler. Nicht der Ball drinne. Aber da ist ja Robinson. Der macht ihn aber auch nicht rein. Okay. Spielen wir die Minute hier noch zu Ende. Dann gehen wir in die Sumo, ne? Na, Smith gegen Chandler. Ah, jetzt hier. Flores gegen Ramirez. Towns. Smith. Smith macht das eigentlich gut, wie er sich da löst. Macht ihn nicht rein. Am Ende ist der Ball bei Rui Hachimura. Ah. Das ist hier wie das. Ramirez. Ramirez kriegt den Screen. Nimmt den Dreier aus der Bewegung. Trifft ihn leider nicht. Schade. Eine Defensive, eine Offensive Aktion machen wir noch. Und dann gucken wir, was die Simo für uns verspricht. Er geht da nicht hoch. Und dann ist es gut gestört von uns. Aber sie machen die Punkte. Okay. Letzter Angriff für uns. Am Ende war es hier Katnick. Karl Antinny Towns mit den Punkten. Zack. Holt sich hier den Rebound. Und dann macht er ihn, ne? Chandler. Na, der Cut ist zwar nicht schlecht, aber so wird das nichts. Jetzt hier Chandler. Macht ihn nicht rein! Den muss er eigentlich machen, ne? Aber wir gucken mal in der Simo. Wir gehen bis zur Crunch Time vor, falls es eine gibt. Na, ist eng. 4 Minuten 48, 94, 90. Ist auf jeden Fall ein enges Ding. Wie sieht es mit Foul Trouble aus? Chandler hat schon 5 Fouls. Okay, also auf Chandler müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Aber das ist der Einzige, auf den wir aufpassen müssen. Anthony Edwards. Anthony Edwards. Gebt den Ball gut ab. Und dann ist da Robinson, der den nicht macht. Aber Colomac wird ausgefoult. Ausgefoult. Colomac wird ausgefoult. Das zum Thema Foul Trouble, ne? Mitchell Robinson hat da Colomac zum Ausfoulen gebracht. Das war ein schlechter Freiwurf. Das kam Mitchell Robinson hoffentlich ein bisschen besser. So, nämlich. 11 Punkte Robinson. 4 Minuten 44, 3 Punkte Abstand hier, ne? In diesem absoluten Top-Duell. Der Pacers und der Legions. Ich habe gar nicht eben geguckt, was schon Mephler hat. Mephler hat viel Punktanzahl hat, ne? Vielleicht will ich das auch gar nicht wissen. Der Average ist ja 44 gegen uns, ne? Was einfach nur crazy ist. Boah. Der ist drin. Stark von Towns. Sah sehr geschmeidig aus, ne? Edwards. Anthony Edwards. Servides kommt für den Screen. Servides wird freigelassen. Boah. Starker Stil von Mephlerim. Starker Stil von Mephlerim. Super hier mitgearbeitet. Der ist nicht drin. Gute Arbeit auch von unserer Mannschaft. Jetzt Mitchell Robinson in Transition. Da gehört was. Mitchell Robinson in Transition oder was? Mitchell Robinson hier mitten im Transition-Game. Das kennt man ja gar nicht von ihm. Schöne, lange Schritte. Towns irgendwie am Schlafen, muss man sagen, ne? Und Mitchell Robinson macht den. Stark. 13 Punkte von unserem Big Man. Einfach mal die Transition abschließen. Jetzt Mephlerim. Das ist ja wie, dass du musst da dranbleiben, sonst wird es teuer. Mephlerim ist einfach nicht zu stoppen. Das ist unglaublich, wie gut der ist. 27 Punkte, das geht ja noch, ne? Weit weg von seinem Average von 40. Und das sind so Fehler, die darfst du nicht machen. Das sind Fehler, die darfst du nicht machen, ne? Die dürfen mir eigentlich nicht passieren. Aber sie sind passiert. Chandler. Jetzt hier das Mismatch, also Robinson. Dem, äh, den musst du abgültig zu mich verarschen, Alter. Was ist der mit dir? Dem hab ich dich noch so gelobt. Jetzt hier Cat. Der ist nicht drin, Robinson hat den. Hachimura. Hachimura. Das klappt nicht ganz. Dann muss es Chandler vielleicht regeln. Das klappt leider auch nicht. Jetzt strugglen wir gerade. In der Offense. Edward Seating-Smith. Der Ball geht zu Cat. Mephlerim. Wohin auch sonst, ne? Boah, der ist nicht schlecht gespielt. Ich geh da zu früh hoch. Und am Ende ist Cat im Aus und macht da irgendwas komisches. Danke dafür auf jeden Fall. Schenkt uns fast schon hier die Punkte, ne? Beziehungsweise schenkt uns fast schon den Sieg hier mit so komischen Aktionen. Der ist zwar riskant, aber der geht durch. Der geht durch. Schön der Cut, ne? Von, äh, Edwards. Schön der Cut in die Zone und dann macht er ihn rein. 20 Punkte jetzt. Aber ich weiß nicht, ob das reicht, einen 20-Punkte-Game-Moment, den Pacer zu schlagen. Ich glaub, da muss Edwards nochmal ein bisschen aufdrehen, ne? Äh, nochmal Richtung 30 geht. Aber wir schauen gleich mal. Backlay. Boah, der kriegt den Wurf. Der ist nicht drin. Der Remount ist bei uns ganz wichtig. Das heißt, den Stop haben wir schon mal hinbekommen. Und jetzt hier Hachimura. Hachimura. Ah, der Fake. Nicht ganz so. Ui, Hachimura stellt den Screen. Edwards. Macht ihn nicht rein. Macht ihn nicht rein. Das wär so ein wichtiger Midranger gewesen, ne? Der wär so wichtig geworden. Matherin. Towns gegen Chanda. Da muss die Hilfe kommen. Jetzt haben sie natürlich dadurch das Mismatch. Aber sie wollen den Wurf hier nehmen. Machen ihn nicht rein. Oh, Robinson. Robinson springt dann zu früh hoch. Ah, Mann. Wir hätten diese Punkte verhindern können. Wir hätten sie verhindern können. Transition Game jetzt mit Edwards oder was. Wir brauchen dich einfach, wie du dich durchsetzt. Macht ihn nicht rein. Der Rebound ist aber bei uns. Jetzt haben wir hier Edwards. Gib den nochmal ab. Servides. Chandler. Ah, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Der sah eigentlich echt gut aus, ne? Wenn sie jetzt punkten, ist das Game durch. Muss man ganz klar sagen. Wenn sie jetzt punkten, ist das Game durch. Matherin. Beckley. Flores. Matherin nimmt den. Rebound Position. Haben sie die bessere? Ah, das war's. Das war's. Das war der End. Das war das Ende. Am Ende gewinnt sie Matherin. 32, 5, 4. Towns gut, ne? Wir haben das Game verloren. Schade. Wenn man im Teamvergleich reingeht. Freiwürfen haben wir besser getroffen. Aber sonst bei der Dreierquote ganz schlecht. Feldwurfkote 46% ist voll okay, ne? Aber die Dreier waren heute die Katastrophe, ne? Ah, schade. Schade, so ein Sieg gegen die Pestas wäre schön gewesen, ne? Wäre ein schöner Sieg gewesen. Damit haben wir jetzt drei Niederlagen hintereinander, was nicht optimal ist. Aber gut. Wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich erstmal beim All-Star-Voting wieder, ne? Und ja, Leute. So sehen dann einmal entsprechend die All-Stars aus. Wir haben einmal hier Donchic, Murray, Ivy, Smith, Junior und Leon Ramsey auf der einen Seite. Bei Team Luca, bei Team Benedikt Maffrin haben wir einmal Garland, Daniels, Jokic und Gidde, die hier mit dabei sind, ne? Auf der Bank bei Team Luca haben wir Cunningham, Holmgren, dann Young, Brown, Barnes, Rucci und Franks. Und bei Team Benedikt Maffrin haben wir Banquero, Durin, Edwards, Tishon, Paul, Randolph, Stokes und Ranking. Und das bedeutet, wir haben mit Edwards, Dyson Daniels und Scory Barnes drei aktive All-Stars im Kader, ne? Das ist auch schon brutal, muss man sagen. Das ist richtig brutal, wenn man da wirklich drei All-Stars hat. Ne, das lehne ich ab. Wir haben auch die letzten drei Games übrigens easy gewonnen, ne? Also hier gegen die Mavs und dann mit Edwards, der 34 gedroppt hat. Dann einmal gegen die Pharaos, haben wir auch easy gewonnen, ne? Ramirez hier ein richtig geiles Game. Und gegen die Galaxies ebenfalls mit einem Sieg lang Edwards 38 Punkten. Wir sind auch tatsächlich jetzt schon bei der Trade-Deadline, da nehme ich euch jetzt mal mit, da simulieren wir kurz den Tag dahin. Da muss ich jetzt nicht extra irgendwas machen, das lehne ich auch ab. Denn wir sind jetzt hier, wir gucken kurz rauf. Ja, komm, das passt. Bis hierhin simulieren. Und wir gucken uns natürlich nochmal an, machen wir noch was oder nicht, ne? Erstmal Vertragsverlängerung. Das ist nämlich das Ding jetzt. Mitchell Robinson wird nämlich gerne die Free Agency testen. Mhm. Haben wir eine Option auf ihn? Nein. Okay. Dann werden wir jetzt folgendes machen. Somit wir ihn nicht komplett ohne Gegenwert verlieren, gucken wir uns jetzt mal an, welcher Center ist denn da? Und verdient vielleicht nicht ganz so viel, ne? Ich sag mal 15 Millionen, das sollten wir noch Matchen kriegen. So, dann machen wir mal 17,5, ne? Gut, die kriegen, den werden wir nicht kriegen. Es wird aber noch McKenzie geben. Auch ein sehr guter Zonenverteidiger. Rebounding A, 2,13 Meter. Aber den würdest du halt auch verlieren. Kann ich noch verbleibende Vertragsjahre machen. Wir machen mal mindestens zwei, obwohl das immer weniger, ne? Okay. Äh. Uneingeschränkter Free Agent Typ kann ich noch machen, ne? Wenn überhaupt. So. Lofton. Jared Allen wäre natürlich was, ne? Ich meine, sein Contract ist nicht ganz billig. Das ist klar. Aber Jared Allen bringt uns eigentlich genau das, was ich haben will, ne? Er macht momentan 24,2 Minuten. Wobei er echt schon eine schlechtere Saison hat, ne? Einen Block per Game. Rebound 6,1. Hm. Garuba ist hier mit am Start. DeAndre Ayton. Das ist aber jetzt auch eher wieder... Ah. Schwierig, ne? Das ist ja Stuart und Co. Wenn wir jetzt einfach mal gehen, hier mal uneingeschränkt einfach nur mal nach Center gucken. Vielleicht kriege ich ihn auch noch 20 Mio gematcht. Vielleicht, je nachdem. Mark Williams wäre hier noch am Start. Ähm. Was wäre denn so jemand wie Robert? Er ist ja auch wieder kleiner, ne? Das ist keine einfache Situation, ne? Gehen wir mal nochmal weiter. Gehen wir jetzt einfach auf egal was. Wir gucken mal nach Center-Power-Forward, ne? Also die hier fallen natürlich alle raus. Das ist klar. Kann ich nicht auch nach Größe? Genau, hier. Wir sagen mal mindestens 2,11 Meter. Mindestens 2,11 Meter muss der interessant sein. Pass dazu. Du wärst natürlich ein Traum wiederzuholen, ne? Towns wäre hier. Williams. Aber das wird dann echt nicht so viele krasse Big Men. Ernsthaft jetzt? Die so groß sind? Gibt gar nicht so viele mit so einer Größe, ne? Was mit 2,08 Meter sonst? Dann wäre Jokic mit da, weil er 2,11 ist. Oder war der eben schon da und ich hab ihn einfach übersehen. Das wird natürlich Evan Mobley geben. Ein Giannis Antetokounmpo. Aber den werde ich nicht matchen können vom Gehalt her. Cat halt noch, ne? JJJ wäre natürlich auch jemand, der interessant wäre, ne? Der ist aber nicht der Rebounder, muss man dazu sagen. Beckett. McKenzie wäre auch schon nice, ne? Beckett hat halt auch nur noch ein Jahr Vertrag. Aber den könnte man dann halt wegen den Bird Rights, könnte man da eigentlich gut mitgehen, ne? Patton wäre natürlich, eigentlich wäre er hier auch jemand, der interessant wäre, ne? Nur ist die Frage, wie kriegen wir das gematcht mit seinen 2,16 Meter? Äh, Grant Weissman. Ich würde wahrscheinlich echt auf Jared Allen gehen, weil er die beste Option ist. Weil mit ihm verlieren wir am wenigsten noch und wir hätten ihn am längsten unter Vertrag und haben dann lange Zeit kein Problem mehr, ne? Ich glaube, Jared Allen ist so die beste Alternative. Es ist zwar schade, weil ich Robinson eigentlich ungern abgebe, aber er ist halt die beste Alternative, auch wenn er jetzt nicht der Mega-Remounder ist, was seine Zahlen zumindest angeht. Aber wir gucken mal. Trade. Gegen Robinson. Ich meine, 1 zu 1 macht jetzt eh nicht, ne? Und wir würden 4 Millionen zu viel einnehmen, okay? Aber die Millionen kann man ja mit Quickly vielleicht mit reintun. Da würden wir immer noch ein bisschen zu viel verdienen. Okay, das ist kritisch. Wenn wir zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Siakam reinwerfen. Und Quickly als Beispiel. Ja, sie dürfen halt nur 15 Spieler haben. Und dann müssten sie mir... Das könnte jetzt nervig werden. Dann passt das wieder alles nicht, ne? Weil ich dann 700k wieder zu viel verdiene. Ja, schwierig. Ist halt das Problem mit dem Matchen, ne? Des Gehaltes. Ja, wir gucken nochmal. Thema Gehalt. Ne, machen wir es mal so. Wir gucken nochmal, ob da wirklich was funktioniert oder nicht. Wie knappe 10 Mio, ne? Wie jetzt mit Robinson. Da wäre eigentlich echt nur Terrell fast schon hier, ne? McKenzie sonst. Ja, das ist alles nicht optimal eigentlich. Es ist alles nicht optimal. Dann werden wir wahrscheinlich echt weitermachen einfach mit ihm, ne? Gibt es noch einen Free Agent sonst? Wo man sagen könnte, yo. In einer Free Agency gibt es hier irgendwas Interessants. Hier gibt es Parks. Aber... Eine Sache machen wir auch noch, ne? Bevor es wieder heißt, ich nutze die Trade-Suche nicht. Robinson. Und wir packen sogar nochmal Picks drauf. Unseren eigenen. Und den Heat-Pick. Wir gucken einfach mal, was kriegen wir für zwei Picks plus Robinson, ne? Was kriegen wir dafür? Gafford. Aber das ist nichts, was es weiterbringt, ne? Meikudo könnte man theoretisch kriegen. Ah, der ist auch eine Wanderhure, ey, ne? Kein Interesse. Watson brauchen wir halt auch überhaupt nicht, ne? Das sind halt alles keine Spiele, die man wirklich braucht. Kessler. Aber jetzt, wenn ich so viele Picks und Co. dann abgeben will, nur viel Kessler. Das ist ja auch Schwachsinn. Patrick Williams. Robert Williams. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Wie groß ist er denn? 2,03 Meter. Weil Robert Williams ist nicht der klassische Rebounding-Bigman eigentlich, ne? Der kann das natürlich, aber ist halt auch 2,06 Meter nur groß, ne? Dann fehlt dir wieder ein bisschen Länge. Das macht nicht viel Sinn. Dann macht es wahrscheinlich wirklich am meisten Sinn. Oh, Imani Hamilton Jr. könnte ich kriegen. Das wäre nice. Das wäre nice eigentlich, ne? Aber gut, wir haben da keinen Need, ne? Hier könnt ihr auch nochmal gucken, ob ich für Jared Allen einen Trade finde. Äh, Trade-Suche. Nein. War bei den Wizards, ne? Jared Allen. 15 Millionen im Jahr. Robinson. Chandler. Und Hachi. Ah, das tut aber weh, ey. Also Chandler zu opfern würde wehtun, um ehrlich zu sein. Der macht 14... Ah, das lohnt sich nicht. Chandler dafür zu opfern lohnt sich überhaupt nicht. Nicht wie das Paket, ne? Also dann würde ich schon was anderes von euch wollen. DeAndre Ayton noch obendrauf oder was? Das lohnt sich alles nicht, ne? Solche Deals. Was man aber machen könnte, man könnte natürlich Chandler und Robinson wirklich mit reinwerfen. Da würde man etwas Größe verlieren. Äh, etwas breit... Ähm... Etwas Tiefe verlieren. Dann bietet es fest. Wir gucken nochmal durch. Hardware natürlich geil, ne? Aber den kriege ich nicht. Stuart brauchen wir nicht. Bands. Bird Shaw wäre natürlich auch jemand, der richtig interessant wäre, ne? 24 Jahre jung. Der dürfte aber einen riesen Wert haben, ne? Und das reicht natürlich nicht. Das reicht natürlich nicht. Das war schon klar. Wir gucken nochmal, ob irgendwas geht kurz, ne? Aber... Sounder ist auch ein super geiler Big Man, junger Big Man, ne? Aber ich glaube auch nicht, dass die uns den abgeben. Der wäre eigentlich der perfekte Mann, weil er so ein Rebounding-Monster ist, ne? Mit seinem 25 Mio. Ja gut, die Jazz dürfen nur wenig Spieler im Kader haben. Ist halt die Frage, ob die Jazz das machen. Aber warum sollten die es machen mit den zwei Spielern? Das macht ja für die auch keinen Sinn, ne? Die sind zwar noch mitten im Rebuild, aber das macht für die Jazz auch keinen Sinn. Wen gibt es dann noch? Backhit würde es halt geben, aber der ist einen Ticken zu teuer, um das zu... Um das irgendwie hinzukriegen. Grant. Der wäre 2,11 Meter groß. Der kann auch den Dreier halbwegs. Der hat geiles Rebounding. Es ist halt die Frage, ob sie es machen würden, ne? Also sie dürfen nicht so viele Spieler im Kader haben, bla, okay. Dann gebt ihr mir keine... Preston. Wurde gerade erst getraint. Marcus Smart von mir aus. Machen die das? Nein, ne? Also das wäre eine Möglichkeit. Chandler tut halt schon weh dann, ne? Muss man sagen. Er ist unser Starting Point Guard. Also kann ich nicht jemand anderen reinwerfen? Was ist denn? Jollyson oder so? Ach, dann würden sie wieder... Dann wäre er mehr als 3 Millionen. Wir würden 3 Millionen zu viel verdienen. Geht das dann nicht so? Nein, weil wir wieder ein bisschen zu viel verdienen. Das wäre sonst eine Idee, dass man vielleicht sagt, okay, ihn hier und... Ja, der Rest verdient leider nicht genug, ne? Der Rest verdient leider nicht genug. Ah, bitter. Grant wird also auch nichts. Wir gucken mal. Wir gucken mal noch Optionen hier, ne? Wir gehen das jetzt einmal überall durch. Wir gehen jedes Team einmal durch. Was wären wir so Posinges? Das ist aber auch kein richtiger Rebounder, ne? Garuba könnte eine Option sein. Hat aber auch nur noch ein Jahr Vertrag. Das macht also auch nicht so viel Sinn. Wenn der Gegenspieler noch ein Jahr Vertrag hat, das macht für uns gar keinen Sinn. Wir wollen ja schon jemanden, den wir länger haben. Robert Williams. Patton. McNeil. Das wäre natürlich jemand, ne? Die haben ja Holmgren. McNeil wäre so jemand, der würde schon für uns Sinn machen, ne? Da wären wir wieder eine Million zu FIFA. Die in meine Güte. Was soll? Gebt uns noch Velungo oder Stocken. Wem auch immer. Ja gut, den werden wir natürlich nicht abgeben. Und wir geben euch dafür noch... Geht das? Ah, Johnson will ich nicht abgeben, ne? Es passt dann wieder alles nicht, weil es so ganz, ganz ein bisschen zu viel ist. Wie nervig, ey. Wie nervig. Wir gucken mal hier. Mark Williams. Der hat auch nur einen Jahr Vertrag. Zeebitch Brown. Junior Brown könnte vielleicht jemand werden, ne? Was hat der in Rebounding? Zwei Meter elf. Das könnte eine Möglichkeit sein. Ja, was er gibt uns... Was weiß ich? Ist mir ja auch egal. Gebt mir Spencer von mir aus. Also ich gebe Mitchell Robinson und Jolly, Sophie, Brown und Spencer. Machen sie nicht. Ich gebe euch noch den Legions-Pick. Lotterie geschützt. Gebe ich euch den auch gerne ungeschützt. Der wird eh nichts wert sein. Das wissen sie leider auch. Und ich gebe euch noch den Heat-Pick. Aber ich muss erst gucken, wo die Miami-Heats stehen. Warten wir mal. Bevor wir das machen, gucken wir kurz mal, wo die Heat stehen, ne? Ah, ne, die sind... Oh, die sind 24. Klippers ein und... Ey, das ist alles viel wert. Nein, nein, ich gebe nicht so hohe Picks ab, ne? Wer weiß, was für Talente wir ziehen können. Jetzt mal nur ganz schnell mal raufgeguckt. Whitemore. Jennings. Chester. Jackson Davis. Nur von der Gesamtstelle. Ne, 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 ne. Wir werden keinen Trade mehr machen. Wir werden keinen Trade mehr machen. Damit ist die Trade-Ladline auch rum, Leute. Ja, heute mal nur ein Game. Wir haben uns viel um Trades und Co. beschäftigt, ne? Dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder... Äh, in der nächsten Folge wieder ein bisschen mehr zocken. Es kam kein Deal mehr zustande. Mitchell Robinson bleibt. Vielleicht können wir ihn in der Free Agency ja trotz allem verlängern. Wenn nicht, wird man schon eine andere Lösung finden. Euer Veloche meldet sich fürs Erste ab. Und... Bye, bye.